Dieser Abnehm-Snack geht immer. Ich meine, für 330 Kalorien kannst du nichts falsch machen und seit meiner Abnehmreise begleitet er mich eigentlich stetig. Zudem hat er fast 30 Gramm Eiweiß und hält mich zum Beispiel ganz lange satt. Ich mag ihn am liebsten zum Abendbrot, weil ich weiß, okay, abends werde ich dadurch nicht den Kühlschrank plündern, sondern bin glücklich und zufrieden. Deshalb hier auch mein Tipp, bau viel Eiweiß in deinen Ernährungsplan ein, denn der wird wirklich dafür sorgen, dass du lange satt bist und kein Hungergefühl hast.